Musik Hey Leute und willkommen mal endlich wieder zu einem Opening auf meinem Opening Kanal. Derzeit habe ich nicht wirklich Sachen zum Aufmachen, denn das Problem ist, meine ganzen Sachen, die ich in Japan bestellt habe, hängen dort fest. Deshalb heute ein kleines Oldschool Opening. Ich habe ja ein Collection Pack 2020. Das liegt schon seit Ewigkeiten bei mir rum und ich habe einfach Bock, es endlich mal mit euch aufzumachen. Was kann man daraus ziehen? Man kann daraus japanische Starlight Rare ziehen oder Collector Rare. Collector Rare sind ziemlich, ziemlich geil. Ich hoffe, ich kann es irgendwie zeigen. Die haben ein mega geiles Holo. So ein Stern in der Mitte sozusagen. Auch der Rand ist geriffelt. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Ich hoffe, ihr seht was. Das Licht ist nicht das Geilste. Auf jeden Fall Collector Rare ist sehr geil und die können hier drin sein. Habe ich mega Bock zu ziehen. Das ist hier eine komplett nigelnagelneue. Ich weiß nicht, ob die alten von 2020 auch so gut aussehen. Wenn ihr übrigens Bock drauf habt, die Kamera spielt manchmal rum, dann könnt ihr gerne solche Karten übrigens auch bei mir auf Ebay kaufen. Da habe ich auch wunderschöne Ultimate Rares zum Verkauf stehen. Sehen auch ziemlich arschgeil aus. Auch wenn das hier gerade nicht so geil präsentieren kann. Mit zum Beispiel Gaia. Sieht in Collector, in Ultimate Rare halt richtig geil aus. Ey Kamera, leckt mich. Sieht in Ultimate Rare richtig geil aus. Wenn ihr Bock drauf habt, solche Karten aus Japan zu kaufen, wie gesagt, checkt mein Ebay Shop ab. Das Ganze gibt es nämlich leider nicht bei uns auf Deutsch. Ja, wir scheißen da ein bisschen rein, würde ich mal sagen. Also da ist leider wirklich der europäische Markt nicht so geil in der Hinsicht. Wir haben nicht so viele geile Raritäten und so weiter und so weiter. Und was ist das Problem mit der Kamera? So, ich hoffe die Kamera funktioniert nun, Leute. Also ja, eine Collector Rare wollen wir ziehen. Eine Starlight Rare wäre der Oberhammer. Wir gehen rein. Es sind auch nicht so viele Booster Packs. Und ich dachte mir, komm, YOLO, die machen wir auf. Ist eine geile Sache. Habe ich auch damals 2020 gekauft, um sie aufzumachen. Also ja, perfekt natürlich, dass wir sie jetzt auch mal aufmachen endlich. Ihr seht jetzt die Booster Packs. Die sind auch so ein bisschen matt hier oben. Und HOLO in der Mitte. Sehen ziemlich geil aus und sind auch echt viele. Ich habe auch keine Ahnung, leider wie genau jetzt so die Pull Rate sein wird und so weiter. Wir sehen auf jeden Fall, es gibt verschiedene Raritäten. Ich glaube auch zu wissen, dass... Oh Gott, das geht schwer auf. Soll man die aufreißen? Aber das kann ich ja auch nie, ne? Ich glaube auch zu wissen übrigens, dass... Ähm... Verschiedene Karten, verschiedene Raritäten haben können. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Yu-Gi-Oh 2020. Äh, ist ein bisschen Oldschool Opening, ne? CP20. Ich habe, glaube ich, das 21er und 22er auch damals aufgemacht. Da haben wir ja schöne Zaubergele und eine garantierte Rare. Ah, die kennen wir doch aus einem europäischen Set auch. Die ganzen Skelett-Dinosaurier-Fossilkrieger. Sehr schöne erste Rare. Und mal gucken, dass ich meinen Mülleimer hier näher rankriege. Das Booster brauchen wir auch nicht mehr. Und jetzt, Leute, irgendwann, irgendwann werde ich es schaffen und verstehen, wie diese Lasche funktioniert. Irgendwann, irgendwann werde ich es verstehen. Aber ich glaube, bis dahin, bis ich es endlich mal kapiert habe, äh, sollten wir eine Schere benutzen. Denke ich, wäre es sinnvoller. Und wir wissen, die Rare ist ganz hinten. Und ich bin gespannt, was wir Geiles ziehen werden. Wunderschöne Artworks hier übrigens. Aber auch sehr viele Roboter und so weiter. Ist das sehr, hm, technisches Booster, würde ich sagen. Uh, eine Super Rare. Unsere erste Super Rare und Rare. Okay, also wenn wir was Krasseres ziehen als eine Rare, dann ist sie davor. Uh, schöne, schöne Super Rare. Nehme ich gerne mit. Kann man mal machen. Was weiß ich, passen meine Sleeves hierfür? Ich habe da noch ein paar ältere Sleeves rumliegen. Ah, okay. Das ist ein Perfect Size Sleeves für Yu-Gi-Oh! Karten. Sehr schön. Nehme ich gerne mit. Fühlen sich ganz gut an. Die liegen hier noch so rum. Das sind so ganz billige Sleeves, sobald ich mich erinnern kann. Sind ganz cool eigentlich. Äh, kann man auf jeden Fall nutzen. Man kann natürlich auch ganz große Sleeves benutzen für Yu-Gi-Oh! Und drauf scheißen, ne? Aber cool. Erste Super Rare haben wir gezogen. Können natürlich deutlich besser laufen. Aber hey. Wenn ihr Super Rare habt, meine Kamera verarscht mich schon wieder. Ich brauche irgendwann gefühlt mal alles neu. Ich hoffe, die Kamera funktioniert nun wieder. Und wir schneiden die Booster Packs nur mit der Schere auf. Und ich war zu vorsichtig. Okay. Man kann ruhig weiter unten schneiden. Leute, denkt ihr, wir ziehen eine Starlight Rare. Denkt ihr, wir ziehen eine Collector Rare. Ich hoffe es zumindest, dass sich dieses Display hier lohnt. Mit den ganzen Robotern. Und, ach, ne, ne, Rare. Diese Rares übrigens können auch ziemlich teuer sein. Die darf man niemals unterschätzen. Je spielstärker sie sind, umso teurer sind sie natürlich auch. Leute, was sagt ihr zu diesem Oldschool Yu-Gi-Oh! Opening? Ich hätte noch ein altes Display, wenn ihr Bock drauf habt. Von Yu-Gi-Oh! aus Japan. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So ein kleines Opening zwischendurch. Wie gesagt, in der Tourstrecke gerade. Weil ich keine Produkte aus Japan bekomme. Der ist knuffig. Es nervt gerade wirklich hart. Sie dürfen nämlich über ein bestimmtes europäisches Land derzeit nicht fliegen. Und sie schaffen es einfach nicht seit Monaten, einfach mal drumherum zu fliegen. Und deshalb gibt es von Japan Post gerade überhaupt keine Pakete. Und das ist ziemlich hart. Nervig für einen YouTuber und Sammler wie mich. Briefe kommen an, aber keine Pakete. Das kann Sack. Oh, den kennen wir doch auch. Die ganzen Fossilien, die ganzen Maschinen haben wir hier. Und, uh, erste Ultra Rare. Oh, die ist schön. Oh, die ist so matt. Ui, die ist ganz matt. Wunderschön. Ui, die gefällt mir. Nummer uno. Number one. Schöne, schöne Ultra Rare. Nicest Feeling. Wie gesagt, mit diesem leicht. Ähm, leicht. Sozusagen. Fällt das Wort nicht an. Leicht. Nicht hoch. Der Rand ist so, so, so dunkel. Aber wirklich wunderschöne, wunderschöne Ultra Rare. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Auch wenn es keine Collector Rare ist, keine Starlight Rare. Ich hoffe, wir ziehen eine Starlight Rare. Das wäre natürlich der Oberhammer. Ich glaube, es gibt auch nur eine einzige in diesem ganzen Set, was eine Starlight Rare sein kann. Oh, der Wolf ist cool. So ein kleiner Eiswolf. Die Toten in der Karte greifen. Eine Fabrik. Ein Battle. Und ein Zauberer in Rare. Also wie gesagt, meistens sieht man leider nur Rares. Ich weiß auch gar nicht, was die Pure Rare ist. Sind zwei Ultra Rares garantiert oder so. Ich hatte ja schon öfter mal Glück aus den Japan Displays, wenn ihr die älteren Videos mal anguckt. Uh, der ist auch cool. Oh ja, ich fühle die Dinosaurier. Dann haben wir ja der Panzer. Also wie gesagt, sehr fossilien und technisch. Sehr viele Nummerkarten hier drin. Ein Schwert und eine Rare. Sehr technisch und sehr fossilien. Sehr, sehr merkwürdige Kombination. Man sieht es aber auch. Fossilien, hier Technik zusammenpasst. Der perfekte Skelette und so weiter und so weiter. Also alles zum Thema passend. A Collection Pack 2020. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Soll ich sagen, um die 50 Euro Display. Ohne Elefanten kenne ich auch aus dem deutschen Varianten. Oh, noch eine Ultra Rare. Oh, die ist cool. Die ist richtig, richtig nice. Ah, die ist geil. Die fühle ich. Ein, ein, ich muss sagen, ein, äh, mechanischer Drache, würde ich ihn mal nennen. Ab damit in die Perfect Size Sleeves. Und ich mach's immer so, je nach Wert einer Karte, oder ob sie mir gefällt, ne. Ähm, knall ich ab 5 Euro die Karten in so einen Top Loader. Ja, ab 5 Euro, wie gesagt. Mach ich so, das ist so meine Grenze. Können wir mal Kommentare schreiben, wie macht ihr das so? Welche, ähm, Karten haut ihr einen Top Loader, ne? Habt ihr da irgendwas Spezielles? Sagt ihr, jo, alles über 2 Euro kommt in den Top Loader oder dies, das, Ananas? Wie macht ihr das denn so? Schreibt's mal gerne, 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 gerne in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Also, wie gesagt, kann ich alles ein Top Loader und dann wird die Wohnung einfach übergehen in Karten in Top Loader. Uh, super rare davor und dann wäre die Rare. Ah, okay. Also, eine Super Rare kann immer davor kommen. Ne, Ultra Rare ist trotzdem der letzte Platz. Okay. Hab ich gesagt, unterschätzt niemals japanische Super Rares oder Rare Karten. Die können deutlich was wert sein. Man sieht auch echt cool aus hier mit einem Schloss. Sieht aus, als würden die Schlümpfe eine Party feiern, weil hier ist eine Lampe und die ist ziemlich groß im Vergleich dazu, ne? Also, das ist so eine, boah, ne, also die Super Rare auch eintüten. Das ist so eine Mini-Mini-Stadt. Und das ist super Rare auch eine Tüte. Wie gesagt, ich hab auch Rare Karten in Top Loader und so weiter. Also, es gibt auch teure Rare Karten. Da muss man immer sehr aufpassen. In Japan. Okay, Leute, es geht halt echt schnell, dass die Splendor. Ist halt ein kleines Display, ein kleines japanisches. Aber ich wollte es jetzt endlich mal aufmachen. Es liegt so lange schon hier oben. Und wie gesagt, wenn ihr was kaufen wollt, eBay abchecken in der Videobeschreibung. Ich bin auch auf Kart Market, aber ich hab keine Ahnung, wie man Kart Market verlinkt. Uh, auch wieder Fossilien. Sehr nice. Ein Eis-Pinguin. Eine kleine Maschine und, ah, noch eine Rare. Ja, also diese Maschinchen. Oh, das ist die von Booster Artwork. Lol, wir haben das von Booster Artwork gezogen. Das ist ja lustig. Aber leider nur eine Rare. Es geht ja noch fünf Booster, Leute. Oh Gott. Es geht viel zu schnell. Und ich würde so gerne so viel mehr Openings machen. Aber derzeit gibt es halt leider eine Durststrecke. Digimon of English sehe ich derzeit übrigens nicht ein. Weil die Kartenpreise komplett im Arsch sind. Schöner Dino. Und wenn es sich nicht lohnt, ein Display aufzumachen, dann mache ich auch kein Display auf. Weil wenn ich mir die Digimon-Karten günstiger einzeln kaufen kann, als ein Display aufzumachen, dann ist es halt leider einfach nicht sinnvoll. Und deshalb gibt es derzeit leider keine englischen Digimon-Openings. Ähm, japanische kommen auf jeden Fall wieder. Aber das dauert noch, wie gesagt, bis ich endlich mal wieder Pakete bekomme. Jetzt haben wir ja noch drin eine Waschmaschine gefüllt. Einen Kartengreifer. Und oh, Collector Rare! Collector Rare! Ich weiß vielleicht, ob die gut ist oder nicht. Aber hey, wir haben eine Collector Rare gezogen. Oh, ich glaube, die erkennt man gut. Also bei einer japanischen Collector Rare ist es immer so, dass in der Mitte sozusagen so ein Mittelpunkt ist. Und dann sind so Strahlen in alle Richtungen davon weg. Ich hoffe, ihr seht das. Es dreht sich so ein bisschen im Kreis in der Mitte. Der Rand ist auch geriffelt. Und der Rest ist sehr spiegelglattes Holo. Aber das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Also ja, die haben im Jahr 2020 schon so ausgesehen wie heutzutage. Ich kann ja die auch nochmal rausholen. Ähm, sieht arschgeil aus auf jeden Fall. Egal, ob 2022 oder 2020, ist eine richtig arschgeil Nummer. Und Leute, immer, ne? Äh, 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 Karten in den Toploader klopfen. Auf jeden Fall sehr nice. Wir haben echt eine Collector Rare gezogen. Ich weiß nicht, ob die garantiert sind pro Display. Eine kann ich mir aber sehr gut vorstellen, ne? Dass du so eine Garantie hast. Die ist echt wunderschön. Die bekommt aus Prinzip einen Toploader. Weil das ist, glaube ich, jetzt meine zweite Collector Rare erst oder so. Ja, schön reinklopfen. Also die beiden habe ich, glaube ich. Mehr habe ich gerade nicht. Wunderschöne Fossilien-Fusion-Collector Rare. Nehme ich sehr, 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 sehr gerne mit. Irgendwann hier unten dazu. Lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Okay, wir haben drei Booster Packs. Können wir noch eine Starlight Rare ziehen? Oder noch eine Collector Rare? Also ich glaube leider nicht, dass man zwei Collector Rares ziehen kann. Ich freue mich aber sehr, dass wir überhaupt eine bekommen haben. Also es könnte, wie gesagt, garantiert sein. Weiß ich aber nicht. Gucken weiter rein. Die Karten, ihr seht, es sind sehr wenige Karten. Die wiederholen sich ständig. Weil es ja so kleine Packs sind. Ihr seht, es sind 26, 10, 5 und 4. Also es sind echt wenige Karten darin. Das ist immer so das typisch jährliche Booster Pack, was es in Japan gibt. Da gibt es zig verschiedene Booster Artworks. Booster, die so außer der Reihe erscheinen. Die kommen nicht so als Hauptzeit wie bei uns. Aber so Zwischendinger. Und da sind halt nicht so viele Karten drin. Wir sehen schon doppelte viele. Den hat man glaube ich noch nicht. Und noch ein Dino. Leute, wir sind schon im letzten Pack. Last Pack Magi. Magik. Wir rubbeln nochmal. Last Pack Magic. Wir gehen rein. Was bringt das letzte Bootstab Hack, Leute? Ich sage jetzt schon mal, danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich freue mich über meine Collector Rare. Und ja, bin gespannt, was wir noch so ziehen werden in Zukunft. Und noch eine Rare zum Abschluss. Wie gesagt, trotzdem nicht unterschätzen, könnte teuer sein. Also, wir hatten zwei Super Rares. Nur. Wir hatten zwei Ultra Rares. Und wir hatten eine Collector Rare, die ich ziemlich geil finde. Leute, zu einer Tür, Leute. Und deswegen, Leute, nicht vergessen zu abonnieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.